Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu einem neuen Spiel. Screaming Chicken. Wir sind schreiende Hühnchen und wir spielen zusammen mit Maxi, Patex und Jesse. Wir sind komische Hühnchen. Diese komischen Schreihühnchen, die ihr kennt. Und wir können auch schreien. Wir können uns auch hinlegen. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Guck dich das an. Guck dich das an. Guck dich das an. Guck dich das an. Oh, Maxi. Oh Gott. Hilf mich. Ich dachte, ich fall runter. Ich kann dich festhalten. Oh. Hier ist ein Button. Soll ich mal drücken? Drück den Button. Flieg, Jess. Hier ist noch eine Bombe. Ich hab gewonnen. Ich war noch am Fliegen. Wir müssen nach ganz oben kommen, ist die Challenge, habe ich gehört. Nach oben. Du musst nach oben. Nach oben. Du musst nach oben. Nach oben. Kann mir jemand helfen? Ich bin einfach. Ich bin ich. Hallo. Ich wurde schon wieder gefressen. Ich bin von der einen Fall. Ich bin von der anderen. Au, ich bin mit der gekeckt. Hilf euch. Das ist mir auch passiert, was Jesse passiert ist. Schau mal, das Dino-Ei. Guck mal, Dino-Ei. Okay, warte. Wir müssen warten. Nicht, 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 nicht diese Dings. Wir müssen auf die Max warten. Kein Laserschwert. Nee, ich will die Max haben. Oh, ich hab ein Ei in der Hand. Ich hab eine Rakete. Wow. Okay. Ich hab fünf Maxi. Ja, ich auch. Patex, wie viele Roboter steuerst du da? Ey, ich feier mehr als Patex. Einfach runter. Ah, ich muss da raus. Ich muss da raus. Meine Mekas. Meine Mekas duplizieren sich. Ja, 100 Mekas. Let's go. Ich hab einfach drei Frames. Drei Frames. Ja. Oh, wir müssen ausweichen. Ich hab einen Schlüssel. Schreib ich doch. Schnell. Lalalalalalalala. Ich hab Pufo geöffnet. Du hast uns alle mitgenommen. Ha. Lol. Ich verstehe die Map gerade nicht. Ich verstehe. Hallo. Wir müssen ausweichen. Was müssen wir ausweichen? Keine Ahnung. Allem. Mein Boden ist unsichtbar, weil ich seh halt nicht, was da auf mich zukommen soll. Ha. Bananenschale. Wieso habt ihr Schlüssel? Wieso hab ich keinen Schlüssel? Oh Gott. Ah. Das war nicht gut. Hilfe. Was ist das? Oh, okay. Hammer. Ich bin doch nur da durch. Ich bin doch nur da durch. Jess. Au. Hä? Hey. Oh, ich bin, Gott. Ich bin Thor mit Boxhandschuhen. Boom. Geh weg. Komm her. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Das ist die Mobbing. Und die geht weg. Mann, oh, ich bin nackig. Nein, 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 nein. Warum bist du ein Brokkoli geworden? Ich weiß nicht. Ich hab da so ein Dings gefunden. So ein Anzug. Oh, jetzt spielen wir Frogas in Extrem. Frogas? Mit Zug. Vielleicht können wir auf den Zug gehen und fahren. Chill, chill. Hast du den Zug genommen? Holy shit. Das ist ja gone einfach. Äh, Jetpack würde ich nicht nehmen. Jetpack hat, äh, ich schmeiß mit Bomben. Ich kann mich nicht steuern. Hallo. Entschuldigung. Ich bin tot. Fuhu, lass dich mal vom Auto treffen. Das war cool, hab ich gehört. Können wir die Autos einpickern? Versagt. Ähm. 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 Tschüss, Fuhu. Alter, du bist so ein Lacker. Na, Moment. Kann man da rauf gehen? Oh, ich hab das, das eine Ding. Nein, du bist gut. Oh. Vorsicht, Greifarm kommt. Vorsicht, Greifarm. Ich hab Jesse. Ich hab Jesse. Du hast dich an Hilfe. Nicht, nicht, nicht. Ich hab Jesse. Mein Greifarm hängt da fest. Oh, cool, ein Greifarm. Oh, nee, da ist wieder so ein Roboter. Nicht in die Meckers geht. Tschüss, Tja. Du hast recht mal wieder. Du hast keinen Greifarm. Willst du den Greifarm haben? Ich hab Greifarm. Ich hab Greifarm. Oh, mein Greifarm. Flick. Nein. Long-lived. Nein, stecke Meck ein. Auf war, Alter. Nagel sie an die Wand. Der beste Titel für ne Map überhaupt. Greifarm Action. Nee. Wo lass dich treffen, komm mal ein Greifarm. Das ist ja mega langsam. Wieso habt ihr alle einen Greifarm und ich nicht? Hallo, ich glaub, ich hab's halt mal. Ja. Oh, nice. Ich dachte, ich dachte, ich dachte. Lass du es. Schnell, pack mal nochmal Fufu. Meine Greifarm kommen dann zu hin. Warum sind die so langsam? Wieso kann man die nie steuern? Kann ich mich selbst greifen? Komm mal her. Ich will, ich will, dass man sich gegenseitig greift. Warte, Jess. Nicht töten, nicht töten. Okay, ich schieße jetzt zu euch rüber. Maxi, schieße mal zu mir rüber. Und dann, komm. Maxi, du musst auch schießen. Durch die Stacheln. Hallo. Ich will auch schießen. Okay, Patek, Patek, schieß zu mir. Schieß zu mir. Jetzt. Warte. Jess, ich will was testen die ganze Zeit. Ey, Pupu, du überlegst ja nixens. Oh mein Gott. What? Ich bin tot. Das ist ein Dynamiteil. Äh. Puh. Hau ihm auf die Fresse. Au. Ey, Jess. Schön, Jessy, schon auf den Kopf ziehen. Nein. Gar nicht. Hallo. Kommst du da rein? Kann ich die Bananen nehmen? Oh, ich kann die Bananen nehmen. Au. Okay, Jessy, ich will es mit der Shotgun. Guck mal, er killt ihn einfach. Ich muss mal auch erwischt. Try hard. Einfach killen, so muss das sein. Alle Sätze machen keinen Sinn. Ich hab dir einfach mal dahin. Yo. Ich glaub, du hast einen Airstrike gecalled. Ich hab einen Revolvea. Ey. Wie sich jemand bei meinen Revolvea... Ich bin nicht zum Widersterben. Pupu, er hat einen Revolvea. Ich will da nicht ab... Au. What? Wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Was war das denn? Warum macht der eine Million Schaden? Jessy. Entschuldigung, aber guck mal, was er denn Schaden macht. Ja. Ja, Jessy ist richtig. Diesmal ein Tryharden. Nein, nein, nein. Stopp. Ja, stirb. Stopp, stopp. Ah. Ich glaub, Jessy killt sich gleich selber. Ich glaub auch. Tschüss. Warum sammert er die Waffe nicht ein? What the heck? Ey, Minigun, ja. Ja, die Minigun, die... Peng, peng, Minigun, ja. Weit. Das ist mein Laser. Und Revolvea. Mein Laser hat getroffen. Komm her, Patex. 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 Nein, geh weg. Ich hab ne Minigun. Die ist so schnell. Du wirst ein Revolvea. Egal, ich töte ihn jetzt mit der Minigun. Oha. Buh. Hi, ich bin noch. Tschüss. Dann muss ich bin tot. Ich weiß, dass man sich nicht mehr retten kann. Wenn man einfach so 200 Schaden kassiert, ist man instant raus. Drei Pisten. Das ist ne Peitsche. Komm her. Ah, Stopp. Komm her. Jess. Ich will... Warum? Was ist los? Ich will erwürfen Granaten. Warum ist Maxi gone? Ich werde immer von Granaten getroffen. Wow. Oh, ich bin auf die Traumgebung. Du bist tot? Ach, das war das. Das war keine Granate, Maxi. Das überhaupt. Hi, ich hab ein Tornado. Werde ich sterben? Ach so, ein Tornado. Wir aufliegen. Oh Mann. Ich flieg nicht nach oben. Ich flieg nach unten. Schau mal, ich hab Boxhandschuhe. Schau mal. Schau mal. Könnt ihr was? Wieso fliegt ihr nach oben und ich flieg nach unten? Warte, ich komm zu dir. Wo seid ihr? Nein. Komm doch da hin. Au. Aua. Ah, gut. Die sind voll geil. Ich bin nackig. Komm mal her. Ich bin nackig. Komm mal her. Aua. Wie cool ist das denn? Mal gucken, wie lang es dauert, bis ich tot bin. Ja, ich drück einfach nicht. Oh, Pistole. Was ist das? Hier sind überall Stachleten. Die Laserdinge kommen wieder. Oh, guck mal, wie einfach umflieg ich weg. Du warst bis in der Bananenschale. Da waren keine bei mir. Doch, da sind welche. Die hab ich nicht gesehen. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Hast du aufhören, mich zu burgern? Ich weiß nicht, warum einer deinen Boden hängt. Schau mich mal an. Was ist das? Ist das ein Chicken? Ey. Was machst du? Das bin ich. Das ist meine Leiche in Ruhe. Wieso kriegst du Damage? Mein Gott. Mein Charakter ist einfach weiter gerade ausgelaufen. Komplett nackig tot. Der Frosch will mich, äh... Jess, hör doch mal auf zu Tryon. Ich hab doch gar nichts gemacht. Instant kam die Bombe auf mich. Ich glaub, der Move ist der coolste, Maxi. Ähm... Ja, lass mal, lass mal gegenüber machen. What? Äh... Wo sind die Dinger schlafen? Da kam ein Roboter von oben runter, Patrick. Und hat dich getroffen. Ja, nee, das ist dieses Pech, was ich hier aufgesammelt habe. Warte. Ich hau das mal in die Mitte, zu euch, hier. Nein, bitte nicht. Wieder zum Frosch, natürlich. Wie hast du überlebt? Weiß ich nicht. Wow. Nice. Warum fliegen wir? Ja, ich will auch mal wieder einen Win haben. Bist du tot, Fufu? Äh, nee. Ah, hä? Ich fliege plötzlich. Ich fliege jetzt nicht. Meine Cam backt voll ab, ey. Äh, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, ich fliege wieder auf, einmal Hilfe. Warum bin ich tot? Eine Ursache, Fufu. Der CR stirbt, hat verloren. Ich bin außerhalb der Map. Das ist Maxi. Ja, wir müssen den Boden aufgraben. Oh, ich will auch graben. Oh, ich wäre fast wieder gefallen. Wofür kannst du mich? Bitte mich nicht abschie-schlagen wieder. Ich wollte... Stopp. Was? Mein Charakter rennt irgendwo hin. Mein Charakter. Meine Auge. Leute, ey, das ist... Leute, warum rennt ihr ein? Der hat einfach, äh, Host-Cheats gemacht hier. Der Charakter rennt gerade aus. Fertig, tot. Ich bin jetzt aus der Wüste und ich bin ein... Ah, ah, ah. Wieso rennt mein Charakter? Wohin? Wohin? Ach, der, was macht der? Mein Charakter rennt sich wieder irgendwo hin. Ja, meiner auch. Ich bin recht tot. Hilfe. Au. Ich bin in der Wand. Warte, warte. Ich muss um die Banane rennen. Schau mal, schau mal. Wenn ich... Warte, soll ich mal auch mal eine Banane reinlaufen, damit man sieht, was von mir aussieht? Hier kannst du gegen... Du musst gegen die Wand irgendwo laufen. Ah. In meiner Richtung ungefähr. Ah, ich überlebe. Siehst du? Ja, weil du gegen die Wand stülfst. Ich lacke im Boden fest. Hallo, Chessie, was sei das? Hilfe, Patek. Okay, vielleicht überlebt man nicht immer. Was macht sie mit dir? Ich drehe dir auf den Kopf. Nein. Aha, ich lebe noch. Ich habe dich gerettet. Danke. Patek ist jetzt drin. Wir müssen auf ein Eiskristall gehen. Ich werde sterben. Ich habe eine Laser-Karte. Ich springe mal. Ich gehe runter, ne? Die nach hierhin. Chessie, pass auf. Da haben wir eine Fläche, wo ich drauf stink. Kann eigentlich. Seht ihr die Fläche nicht? Ne. Ich hätte da keine. Wow. Hey, ich werde so reingebated, ne? Ich werde so hart reingebated im Spiel. Oh, das dreht sich mal schneller. Ich habe einen Greiferarm. Oh, ich habe eine Blubberblase. Ob dir die was bringt, Pufo? Was meinst du da? Hm. Äh, weniger, ne? Ich habe einen Knopf gedrückt. Ich werde aufgespießt. Ich fliege. Warum fliege ich? Hä? Da hast du jetzt die Fläche hin. Die Fläche habe ich die ganze Zeit oben gesehen gehabt. Und dann wollte ich drauf springen. Dann bin ich getorben. Oh, yeah. Wow, 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 wow. Ähm. Warum tanz ich im Boden? Warum tanzt man selbst dabei? Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich will nicht. Nein. Ich will nicht. Ich lebe noch. Hallo, Eva. Ich tanz ich im Boden. Kann ich nicht die ganze Zeit? Holy shit. Ich wollte nicht befreien. Ich bin tot. Ich konnte die ganze Runde wieder nichts machen. Nicht Mocke spielen. Jessie. Scheiße, Jessie. Das ist es mir leid. Ich lasse mich betont. Wo ist Maxi? Wo ist Maxi? Ich will keine. Warum habe ich das? Nein. Weg von mir. Ah, ah, ah. Boom. Nein. Patek. Ich bin wieder der, der ist tot. Oh, okay. Ich auch. Boah, du wurdest gefühlt dreimal vom Auto angefangen. Kann das sein? Ich hatte, komm. Rette dich, rette dich. Nein. Hey, Jessie hat gewonnen. Juhu. Tryhard. Ich mag doch gar nichts. Ich konnte mich die ganze Runde nicht verwegen. Guck mal, die ganze Zeit am Rumrennen und so. Fühlt sich gut an mit dem Zweier-Score. Boah, der Fufu ist der Tryhard. Der hat eine Viertel-Score. Fühlt sich gut an. Messi. Stimmt, er hätte gewonnen. Wenn das euch gefallen hat, lasst die anderen einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur zwei Sekunden. Wenn ihr jetzt mein letztes Video sehen wollt, ist links ein Video. Rechts ist ein random Video. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.